ja hallo miteinander heute präsentiere ich euch diesen neuen arbeitstisch von borniak komplett aus edelstahl mit einer schublade hält 120 kilo aus hier habe ich einen mobilen tisch liegen aus edelstahl komplett von borniak alles ist hier beschriftet wie man sehen kann und wir haben eine ausführliche anleitung und überall steht zum beispiel was drin ist hier sind zum beispiel die ersten teile alles ist noch in schutzfolie wir können hier solche nasen sehen sage ich mal ich muss sagen die teile werden nicht nur verschraubt sondern wir haben hier solche nasen und das können wir hier so reinstecken also gibt es den tisch natürlich noch zusätzliche stabilität und nicht nur diese zwei schrauben halten das ganze konstrukt wird auf jeden fall stabilität man kann wirklich alle zusammenbauen durch dieses stecksystem bevor wir die überhaupt verschrauben also wenn man sich reingefuchst hat geht es wirklich sehr schnell allein die räder wie die sich anfühlen schön gummiert jedes rad hat eine bremse und diese schublade da passt mein halber hausstand rein und nach der ganzen arbeit kommt das beste einfach zum schluss die folie abziehen mit denen werden wir jetzt demnächst arbeiten kalt räuchern da kommt er offen drauf dann präsentiere ich euch alles man kann dann wunderbar drehen wie gesagt ich bin begeistert wirklich schönes teil